Wander-Trackingschuhe der Marka Bina, komfortweite Haar, auch für festere Füße, Obermaterial echtes Leder, das Futtermaterial Alpidex-Membrane, das ist wasserabweisend, die Sohle aus Gummi, ideal auf jedem Untergrund, wechselbares Fußbett mit Textilüberzug, Absatzhöhe 3,5 cm, in den Größen 39 bis 70 cm. Wir haben einmal die weite Haar von vorne bis hinten, also ideal, wenn du einen festeren Fuß hast und der Schaft ist innen total weich gepolstert, man spürt keine Naht innen, das ist wirklich empfehlenswert bei empfindlichen Füßen, Hallux-Geschichten, aber vor allem sind sie schon auch super, wenn du breitere Füße hast. Dann haben wir diese kleine Zuglaschen hier angebracht, an der Lasche und an der Ferse und damit schlüpst du einfach leichter in die Schuhe rein. Ausgestattet wieder mit einem herausnehmbaren Fußbett, das ist einmal Komfort, für deine Einlage ist hier genügend Platz dort drinnen. Die Gummi-Sohle gibt dir, egal ob du aufsteigst oder bergab gehst, den besten Halt und egal auf welchem Untergrund du unterwegs bist und geschützt vor spitzen Objekten, Wurzeln, Steinen, bist du eben durch diese Zehenschutzkappe, was du angebracht hast. Mein Pflegetipp, Wander-Treckenschuhe brauchen Pflege, dürste die Schuhe, reinige auch mit Wasser, aber dann bitte bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Wir haben hier Leder, impregniere den Schuh, damit das Leder elastisch, weich und auch feuchtigkeitsbeständig bleibt. Also auf zu neuen Abenteuern, eure Dicke.